Hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute mal wieder über Lightroom, denn ich möchte dir mal zeigen, wie du mit Lightroom wirklich unfassbar präzise inzwischen arbeiten kannst und Photoshop wirklich nicht mehr nötig ist. Denn seit dem letzten Update in Lightroom gibt es diese neue Maskenfunktion und man kann so präzise Masken erstellen, man kann so unfassbar gut lokal arbeiten inzwischen. Das möchte ich dir in diesem Video einfach mal ein bisschen genauer zeigen. Und dabei ganz viel Spaß. Bevor wir mit dem Video starten, aber eine ganz kurze Mini-Werbung, wobei nicht wegschalten, weil es ist nichts, wo du Geld ausgeben musst für irgendein Produkt, sondern es ist etwas, wo du Geld verdienen kannst und zwar als Fotograf. Denn Cruise Vision sucht gerade wieder Fotografen, die Bock haben, sowohl auf Kreuzfahrtschiffen als auch in verschiedenen Clubs zu fotografieren, als Fotograf zu arbeiten und das auch wirklich über mehrere Monate. Das heißt, wenn du selber gerade Bock hast, gerade jetzt in diesem Jahr im Sommer vielleicht in einem coolen Robinson-Club zum Beispiel als Fotograf zu arbeiten, dann kannst du dich jetzt bewerben. Den Link unten in der Videobeschreibung. Da klick einfach mal drauf. Ganz unkompliziert einfach ein kleines Formular ausfüllen und dann bist du da schon registriert. Und dann melden die Leute sich entsprechend bei dir. Du kriegst einen Grundgehalt und kannst auch noch zusätzlich verdienen mit den Fotoverkäufen, die du dort machst. Dir wird eine Unterkunft gestellt. Du kannst dort mitessen in dem Club selber. Also wirklich richtig cool. Falls du da Interesse daran hast, einfach mal was anderes diesen Sommer zu machen, dann schau auf jeden Fall mal dort vorbei. So, und jetzt geht's los mit dem Video mit Lightroom. Mit diesem Bild aus Island möchte ich dir jetzt mal zeigen, was inzwischen in Lightroom alles möglich ist mit den Masken. Denn der große Vorteil von Masken ist natürlich, dass man ein Bild an nur bestimmten Stellen bearbeiten kann und nicht, wie hier mit den Reglern zum Beispiel in den Grundeinstellungen, wo ich dann tatsächlich das gesamte Bild bearbeite. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Tiefen hochhebe, dann ist das halt immer direkt in dem gesamten Bild. Das kann man jetzt hier natürlich auch ein Stück weit machen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ja, die Tiefen möchte ich insgesamt in dem gesamten Bild ein bisschen höher stellen. Aber genauso gut könnte ich das jetzt halt auch wirklich dann nur lokal machen. Und alles, was ich dafür tun muss, ist einmal hier oben erstmal auf das Maskensymbol klicken. Das ist einmal dieser Kreis hier mit diesem gestrichelten Rahmen drumherum. Und seit der neuesten Version von Lightroom ist dieses ganze Menü jetzt auch ein bisschen anders geworden. Das heißt, wir können jetzt hier neue Masken hinzufügen. Und das Schöne ist, wir können verschiedene Masken miteinander kombinieren und daraus neue Masken erstellen. Wie das genau funktioniert, zeige ich dir jetzt gleich. Zum einen haben wir hier die Möglichkeit, zwei Funktionen zu nutzen. Nämlich einmal Himmel auswählen und einmal Motiv auswählen, wo Lightroom automatisch erkennt, wo der Himmel ist oder wo ein Motiv ist. Motiv an dieser Stelle ist meistens eine Person. Also wenn ich eine Person habe, dann kann ich die von Lightroom automatisch auswählen lassen und dann ist direkt eine Maske drumherum gelegt, ohne dass wir da jetzt großartig mit einem Pinsel malen müssten oder so. Das gleiche funktioniert auch hier mit dem Himmel. Also wenn ich jetzt hier einmal auf Himmel auswählen klicke, was in dem Fall ja mehr Sinn macht, dann wird automatisch der gesamte Himmel maskiert. Und zwar wirklich auch so, dass hier diese Maske perfekt drumherum passt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, der Himmel an dieser Stelle ist mir ein bisschen noch zu hell, gerade hier in den Lichtern, da brennt es so ein kleines bisschen aus, sieht man hier oben auch in dem Histogramm. Da kann ich das noch ein bisschen runterregeln. Probieren wir es einfach mal aus. Himmel auswählen und jetzt wird hier eine neue Maske erstellt. Und man sieht auch direkt hier, das wurde jetzt ausgewählt und zack, der Himmel wurde ausgewählt und ist jetzt hier mit dieser Überlagerung auch angezeigt. Jetzt hier in dem Fall mit grün. Wir können es auch mal hier so lila machen, dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Und da sieht man auch wirklich, dass die Kannen hier super gut ausgewählt wurden. Hier hinten passt das auch alles ganz gut. Und wir haben jetzt hier eine Maske, eine Maske 1 nennt sich die. Und darunter ist jetzt Himmel 1. Das ist also so eine Untermaske quasi. Jetzt gibt es hier die Möglichkeit, entweder Sachen dieser Maske hinzuzufügen oder der Maske etwas zu subtrahieren. Aber es gibt noch eine weitere Möglichkeit und zwar, wenn ich die Optionstaste bzw. die Alt-Taste bei Windows drücke. Dann verändert sich nämlich hier dieser Punkt und da steht dann auf einmal Schnittmenge bilden. Das gleiche geht übrigens auch, wenn ich hier einmal raufklicke auf diese drei Punkte und dann sage Maske schneiden mit. Das ist im Endeffekt genau dasselbe. Also wir erstellen quasi eine sogenannte Schnittmaske oder eine Schnittmenge. Was ist jetzt der Unterschied bei hinzufügen? Da würde ich jetzt zum Beispiel hier im Vordergrund, könnte ich jetzt den Berg hier noch mit reinmalen. Bei subtrahieren ganz klar andersrum. Da könnte ich jetzt hier zum Beispiel die Ecke aus dem Himmel herausmalen. Aber wenn ich jetzt die Options- oder die Alt-Taste drücke und die Schnittmenge bilde, bedeutet das, wenn ich jetzt hier einen Verlauf drüber lege, dass quasi nur noch das von der Maske übrig bleibt, was sowohl in der Himmelsmaske als auch in der Verlaufsmaske dann zu sehen ist. Probieren wir das einfach mal aus. Ich gehe jetzt hier einmal auf Schnittmenge bilden und sage dann linearer Verlauf. Und jetzt sieht man hier auch neuer linearer Verlauf. Den kann ich jetzt hier einmal von oben nach unten ziehen. Und dabei drücke ich auch die Shift-Taste. Dabei habe ich dann nämlich einen wirklich geraden Verlauf. Und den ziehe ich jetzt einfach mal von oben nach unten hier so runter. Perfekt. Und was jetzt passiert ist, jetzt sieht man es hier auch ganz gut in der Maske 1, was also die komplette Maske ist. Wir haben jetzt einmal die Himmelsmaske und wir haben den linearen Verlauf. Und man sieht jetzt sehr schön, dass die Himmelsmaske hier sehr schön die Konturen von dem Berg und auch von dem Fels hier im Vordergrund weggenommen hat. Und der Verlauf, der zieht jetzt hier einmal rüber. Und jetzt haben wir hier unten zum Beispiel von diesem Effekt nicht mehr so viel zu sehen. Also diese beiden Masken wurden miteinander kombiniert und nur dort, wo beide Masken quasi wirken, wirkt auch die Gesamtmaske. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Und jetzt können wir die Belichtung hier mal ein bisschen runterdrehen. Und jetzt sieht man auch sehr schön, dass dieser Effekt jetzt wesentlich besser wirkt, meiner Meinung nach. Wir können jetzt hier auch die Farbtemperatur vielleicht noch ein bisschen runterstellen, um ein bisschen mehr Blau hier noch mit reinzubekommen. Aber nicht zu viel. So ein kleines bisschen. Perfekt. Und jetzt machen wir mal ein Vorher-Nachher. So sah es vorher aus. So sieht es jetzt aus. Und man sieht, wir haben sehr schön mit der Maske gearbeitet, ohne dass jetzt hier irgendwas in dem Berg oder in dem Fels im Vordergrund zu sehen ist. Und so kann ich sehr komplexe Masken erstellen. Das ist ja jetzt nicht das Einzige, was ich hier machen kann. Sondern ich könnte jetzt zum Beispiel mal sagen, ich möchte hier eine neue Maske erstellen. Diesmal möchte ich den Luminanzbereich hier mal einstellen. Und ich möchte vor allem hier in den dunklen Bereichen das Ganze mal erst mal nur haben. Das heißt, ich werde jetzt hier wirklich mal ein bisschen weiter runter gehen. Zack. Die weiche Kante kann man natürlich noch ein bisschen einstellen hier. So. So sieht das Ganze doch schon ganz gut aus. Ich möchte jetzt aber vor allem hier den Bereich, hier wo der Fels ist, den möchte ich so ein bisschen auffällen. Ohne jetzt das, was wir hier im Vordergrund haben. Aber ich werde jetzt erstmal hier die Tiefen ein bisschen auffällen, damit man ein bisschen mehr sieht. Ja, das sieht ja schon ganz gut aus hier. Ich werde vor allem die weiche Kante hier noch ein bisschen einstellen, dass der Übergang hier ein bisschen besser wird. Okay, jetzt haben wir hier also schon mal eine Maske erstellt, wo wir die Tiefen ein bisschen auffällen. Aber im Moment passiert es noch in relativ vielen Bereichen. Ich möchte das jetzt hier vorne zum Beispiel mal so ein bisschen rausnehmen noch. Jetzt könnte ich sagen, ich möchte hier etwas subtrahieren. Und mit einem Pinsel zum Beispiel könnte ich sagen, ich möchte das hier im Vordergrund rausnehmen. Also hier der Vordergrund, der soll ruhig etwas dunkler bleiben. Und dementsprechend male ich das jetzt hier erstmal raus. So. Perfekt. Dann haben wir das jetzt im Prinzip nur noch hier in dem vorderen Bereich drin. Hier nehme ich es auch nochmal so ein bisschen raus. So. Und hier oben ebenfalls. Ein großes Dankeschön an den heutigen Sponsor des Videos, LexOffice. Mit LexOffice kannst du deine Buchhaltung ganz einfach gestalten. Spare jetzt 40% mit dem ersten Link in der Videobeschreibung. Und jetzt will ich eine weitere Maske erstellen. Und dieses Mal werde ich ein Farbbereich auswählen. Und da nehme ich jetzt hier einfach mal den grünen Farbbereich. Ich werde jetzt hier einfach mal so eine kleine Auswahl aufziehen. Und nehme mir jetzt da mal so alle grünen Bereiche des Fotos vor. Also der Himmel sieht man schon sehr gut. Der wird davon komplett ausgelassen. Aber alles so drumherum hat ja so leichte grünen Bereiche drin. Und wir können jetzt natürlich das Ganze hier auch noch so ein bisschen verbessern. Können auch gucken, ob wir hier so ein bisschen was davon rausnehmen. Ja, ich nehme es mal eher so ein kleines bisschen weiter runter hier. Weil ich nicht alles davon drin haben möchte. Und diesen grünen Bereich, den könnten wir jetzt zum Beispiel in der Farbtemperatur mal noch ein bisschen wärmer gestalten. Ja, und jetzt sieht man es sehr schön hier, dass wirklich nur die grünen Bereiche ein bisschen wärmer werden. Wir könnten auch insgesamt noch ein bisschen die Lichter nach oben fahren. Und damit das Ganze so ein kleines bisschen heller machen. Sieht man hier auch wieder sehr schön. So, packen wir das Ganze mal auf plus 35 ungefähr die Lichter. Und vielleicht geben wir noch ein kleines bisschen Kontrast dazu. Im letzten Schritt möchte ich die Sonne hier noch so ein kleines bisschen betonen. Und deswegen werde ich jetzt auch hier nochmal eine neue Maske erstellen und einen radialen Verlauf hier einmal aufziehen. Über die Sonne hier so ein bisschen drüber. Ja, werde ich auch relativ groß machen. Und genau hier auf den Part legen, wo die Sonne drin ist. So, und was wir jetzt machen können, wir können einmal die Farbtemperatur hier noch ein bisschen wärmer machen. Wir können einmal, ja, insgesamt ein bisschen Belichtung noch reinbringen. Aber auch nicht zu viel. Es soll nicht zu sehr ausbrennen. Und vor allem ein bisschen Dunst entfernen ins Negative ziehen. Ja, das macht das Ganze auch immer so ein bisschen weicher, noch ein bisschen schöner. Wir können auch ein bisschen Klarheit rausziehen, um das Ganze auch da nochmal ein bisschen weicher zu machen. Und dann werde ich im nächsten Schritt hier einmal die Optionstaste, beziehungsweise die Alt-Taste drücken, wieder eine Schnittmenge bilden. Und diesmal nehme ich hier den Luminanzbereich. Denn ich möchte das Ganze hier gerade im Vordergrund von dem Felsen hier nochmal so ein bisschen runternehmen. Und deswegen werde ich jetzt hier einfach mal wirklich relativ radikal die dunklen Bildbereiche davon ausschließen. Aber die weiche Kante, die möchte ich natürlich wieder so ein bisschen mit reinbringen. Und jetzt sieht man sehr schön, wie das hier gerade auf dem Felsen wieder zurück, beziehungsweise auf dem Berg im Hintergrund wieder zurückkommt. Genauso möchte ich das eigentlich haben. Jetzt gucken wir auch hier nochmal vorher, nachher. So sah es vorher aus. So sieht es danach aus. Finde ich, hat auf jeden Fall was. So, und jetzt haben wir hier wirklich ein sehr, sehr schönes Bild. Und das haben wir tatsächlich wirklich nur mit Masken erstellt. Also wir haben wirklich nur lokal gearbeitet und gar nicht großartig auf dem gesamten Bild. Ich möchte dich mit diesem Video also wirklich dazu animieren, mehr mit Masken zu arbeiten, mehr lokal im Bild zu arbeiten und weniger mit den Reglern, die wir hier haben. Zum Beispiel den Grundeinstellungen. Also natürlich kann man hier immer ein bisschen anfangen, aber grundsätzlich ist es eigentlich immer besser, wenn man das Ganze wirklich lokal macht. Weil kein Bild ist eigentlich so aufgebaut, dass man sagen kann, ja, man muss überall die Tiefen hochziehen oder überall die Lichter runter regeln und so weiter. So sah es vorher aus, so sieht es jetzt aus. Und das, wie gesagt, nur lokal bearbeitet. Das war es mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Und wie gesagt, wenn du Interesse daran hast, als Fotograf mal in einem Robinson-Club zu arbeiten oder auf einem Kreuzfahrtschiff, dann schau einfach nochmal unten in die Videobeschreibung, denn dort gibt es einen Link, wo du dich bewerben kannst, wo es also richtig cool werden kann, diesen Sommer für dich. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Falls du es noch nicht getan hast, den Kanal auf jeden Fall abonnieren, auch bei Instagram einfach mal vorbeischauen und natürlich in meinem Online-Shop, falls du mehr über Lightroom oder Photoshop lernen möchtest. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ganz viel Spaß. Ciao. Ciao. Ciao.